AAAAAAAH Einmal hab ich schon gemacht Wir schauen uns heute gemeinsam geile TikToks an und kichern und lachen ein bisschen dabei Digga Und mit dabei ist Julien Bam mal wieder Ja, das ist ja immer mit Julien Bam Wir suchen dir, ne? Wir schauen direkt mal rein, es geht los Ming Boy Rocks Das ist dann Tschüss Ist ja extremst gestellt, ne? Boah, ich hasse dieses Lied Mann, ich hasse dieses Lied so sehr Warum? Heiratsantrag, oh mein Gott, Heiratsantrag Wir sind live dabei, ooooh Nein, die haben beide einen Heiratsantrag machen wollen Ohohohoho Digga, du und ich So stell dich mir vor, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen Ja man, ja man, ja man Ich find's frech, dass die sich nicht gegenseitig voreinander hingekniet haben, alter Ich find's frech, dass die sich nicht geschlagen haben Mr. Sandman Und Diese Katze Ruhe Die ist leider tot und die schläft nicht Wissen viele, die ist einfach tot Die arme Katze einfach Ding, my girlfriend for the first time Of the two weeks Baby, du und Ist alleine, ja da ist keiner Hey, 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 hey What? Das ist geil, das ist cool Ich hoffe das passiert dir auch Ich hoffe das ist einfach echt Oh Blur, das geht so in die Hose Oh Digga Junge, what? Auf Trimax Digga Geil Wie auf Trimax Auf Avatar Digga Ja Trimax sah mal aus wie der Avatar, deshalb Oh das ist aber eine wilde Frisur Boah Digga Digga Es ist viel zu dunkel einfach Digga, der Pfeil ist auch kein richtiger Pfeil Junge ist einfach nur reingeschissen Hey man, this is Dave calling from the Big Penis Club Just wanted to let you know, we went over your measurements Uh, it looks like you do have what it takes to be part of the club So, give me a call back if that's still something you're interested in And now we can discuss the details The Big Penis Club, Junge Ja, die haben mich nie zurückgerufen Mach das weg einfach, es interessiert mich nicht Aber das ist Baby Bird Es interessiert mich nicht, Alter Wer kann auch so gut parken Ja, ich Oh Sie haben das andere Auto gerade angefahren Sie haben das Auto angefahren und die Hauswand Oh Alter Alter Take your bae Oh geil, ja man Oh ja Oh ja, verstehe ich Oh, die ist richtig sauer Oh, die ist richtig sauer, die tötet Take your bae Kennst du eigentlich den besten Kanal auf TikTok? Oh Bro, bitte nicht, Alter, ich schmörs, Digga Ja, mach an, komm Bruder Das Lustige ist, er hat 260.000 Likes, aber ich glaube nicht, dass er 260.000 Likes ohne Hilfe bekommen hätte, sondern der war einfach auf der Startseite, wenn man TikTok geöffnet hat, dann kam der einfach. Er hat sich einfach reingekauft. Ist das so? Ja. Kann man das? Also wirklich, ich habe TikTok angemacht und dann war er auf direkt erstes. Also wirklich eine kritische Sache, muss ich ehrlich sagen. Boah, ich hasse diesen Song, Alter. Das Ding ist halt, wenn ich 60 bin, will ich auch so eine alte Flanken, von daher, ich gönne ihn, weißt du? Boah, was ist denn da ab? Wieso haben die sowas? Ich weiß nicht warum, aber ich würde auch gerne sowas haben So einen Keller oder so ein Auto? Oder so eine Frau? Diese Frau Geil Hallo? Was ist das für eine Musik? 1,8,7 Dann kommt doch bald das neue Album, oder? Am 18.17 und kaufen! Alles klar, ist ja gut, ist ja gut! Digga, was? Wenn du aufs Klo gehst und dein Freund der Klasse erzählt, du hast... Boah, Junge, ich hasse das, Digga, ich hasse das, ne? Happy Burst, alle singen, Digga. Du hast, das ist ja schon mal passiert, oder was? Ja, 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 ja. Hä, ist mir noch nie passiert! Noch nie! Hä, sieht aus wie Monte in... Das war Monte, das war Montes Sohn. Ja! Ja, das ist er, das ist doch Montes Sohn. Das ist Montes Sohn. Das sieht ein bisschen aus wie Monte. Das ist Erik, Erik, Mann. Man, kennt ihn. Nicht lachen. Try not to smile, okay? Okay, ab jetzt, komm. Try not to smile. Okay, nicht smile, Freunde, nicht smile. Ihr alle nicht. Game. Ja. Er weint das. Hier hat meine Frau mir gebastelt. Kannst du mal gucken, wo, ähm, wie die, also, ihr TikTok? Ivani Bakwan, live in Germany, Bollywoods Lover, Instagram. Okay, verstehe manche Sachen nicht, aber ich verstehe, warum wir hier TikToks Aufrufe haben, das verstehe ich. Ey, Uwe einfach. Geht nicht, runter vom Tisch, Uwe, 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 runter vom Tisch, Uwe, Uwe, will ich direkt zum Video machen. Boah, ist das ein starker Daumen. Stell dir mal vor, der hätte jetzt gebrochen, Alter. Wie kannst du diese Daumen aufbauen und brechen? Das können, das können manche. Ich habe die Vorstellung davon, dass der Daumen gebrochen wird. Mach weiter, ich habe so ein ganz ekliges Gefühl, bitte mach schnell weiter. Ah, der bricht, meiner bricht, meiner bricht gerade, ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Ich will das Fans auch machen, weil es 40... So viel gecute. So viel gecute. Ah, 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 ah! Mein kleiner Kassel, der schon am 8 hat, war so auch so. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ich hab keinen. Oh man, ich sollte Spanners Quarantine. Geil, geil, geil. Yeah, I got my fridge here. Ja, Alter. Gut. Fahne TikTok. Ey Leute, mein Kollege kann einfach Batflip. Batflip? Oh, Digga, das war krass. Hey, das ist mega krass gewesen, oder? Bro, der kann Batflip. Das wird zu gruselig. Die Reifen, Digga. Boah, mein Vater. Alter. Ey, ich find das voll geil, ey, ich liebe sowas. Imagine mal, so ein Typ kommt mit so einer kleinen Stange und springt einfach über dich und haut dich damit dann kaputt. Ich würde mich geehrt fühlen. Schlag mich bitte. Doggy Punk. Lol. Ey, wie creepy das aussieht, aah. Dammit. Stop, stop, das ist meins. Das hab ich gekauft. Nimm deinen Kaffee. Ehrlich, ich kann schon passen bei sowas. What's up with your face? What do you mean? Your fa... It's my new look. Your new look? Who are you trying to... What are you trying to be? Wolverine. Wolverine. You need to change that. No. You gotta change it. No. I'm not shaming my f***ing beard. Why? Because it's f***ing cool. No, it's not. Why are people so afraid of change? Why are people so afraid of change? Why are people so afraid of change? Extremest funny guy. Da, hier. April, April. Fang direkt mit dem ersten ein. Hallo, Leute. Es ist am 1. April. April, April, April. Leute, ich hab voll Style. April, April. Der ist auf allen Drogen gleichzeitig, Digga. April, 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 April. Oh, Pickel. Leute, ich bin dein Roboter. Leute, ich kann... Wir spielen, ne? Also gut. Leute, ich bin... Da, ich bin... Ich hab noch nie Sex gehabt. Einmal hab ich's schon gemacht. Ich hab noch nie in die Hose gemacht. Ich hab noch nie in die Hose gemacht. Ey, Leute. Viele fragen mich in letzter Zeit, ob ich auch normal reden kann. Ja, ich kann auch normal reden. Ich mach einfach... April, April... April, April... ...Au... ...Weiß, ey, ich geh jetzt... auf meinen Balkon und da tue ich Pflanze gießen. Ich bin Jogger voll cool. Brille, Brille, lauf schnell, Leute! Da, wo die Baby bringen, Brille, Brille, Babykorn aus Arsch hinten raus. Und ich mein Wunsch, Baby. Dieser Humor ist so dumm, einfach. Feinlich, der hat ihre Plattform nicht verstanden. Oh, das ist unlustig. Oh, das tut so weh. Zum Glück hat er so wenig Likes nur. So geschnitten, dass wir ihn hängen. So geil. Der kotzt jetzt. Michael, es kann nicht sein. Am frühen Morgen, nur weil heute Vatertag ist, es ist immerhin meine Hähnchenbrust, ja? Nicht deine. Ey, Digga. Wer lacht denn da drüber, Mann? Also Michael, er denkt so. Die Cindy hat darüber gelacht. Er denkt so, wann ist der letzte los? Wie süß, wie unschuldig er schaut. Er wollte mal eine bessere Wurst essen als sonst. Am Vatertag. Am Vater... Es ist Vatertag. Der kann... Der... Der ist direkt wie... Von... Na, wann habt ihr euch das letzte Mal was bei Amazon bestellt? Dank eurer Bestellungen hat sich der Amazon-Gründer Jeff Bezos nämlich vor kurzem... Bezos! 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 Weg! Weg! Heute ist es ganz schmerzhaft, Digga. Heute ist es ganz schmerzhaft. Und wirklich... Muss ich im Park gleich richtig fett besaufen, damit ich das alles vergesse, Alter. Das sind die neuen Schuhe. Ja? Hier. Die sind verboten, weil man mit diesen Schuhen 5% schneller ist, wie ein normaler Mensch. Und ich lauf schon! Yeah! 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 Ich würde ernsthaft gerne eine Einschätzung von dem selber haben, wieviel Tonnen Koks der schon genommen hat, Alter. Ja, aber Alter, der hat ja genug Einschätzung über sich schon preisgegeben übers Internet. Ja, Bro, aber wieviel war das insgesamt, Alter? Weißt du, was ich meine? Das ist auch ein Sonic-Placement, ne? Weil er blaues Shirt an, er ist schnell. Ja, und er ist auf Koks, so wie Sonic. Perfekt. Any Pokémon? You've heard of Pokémon, right? Yes, I've heard of Pokémon. Okay. Luigi? Any... Na gut. Are you gonna take a shower? Nick me. Okay. Oh, Junge. Was ist das denn los? Boah, nervt mich das heute, Alter! Ey, Fooooooo! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich weiß auch nicht, was passiert, Alter! Was einem Leben passiert, Alter! Digga, also... Ey, heute, heute ist TikTok, TikTok ist komplett lost heute, oder? Ich meine, was schauen wir uns da gerade an? Was ist denn das? Es ist einfach ein Human, Alter! Aber... Aber... Der ist doch tot, Digga! Ist ja ne Puppe! Gut, Leute, dann war's das hier! Ich werd mich an der Stelle jetzt umbringen! Äh, Ju, mach's gut! Dankeschön für alles! Es war ne Arschgeil... Ja, ich... Blech, danke! Dann-Dur, mitbegle-B norabend. Aber! Dann-Dur. 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 Gabin-Telefon Dann-Dur. Wenn ihr ein bisschen verbessert, ist es da Tádar-Dur. Dann-Dur. Dann-Dur.